Wir schießen gleich zwei Bengals in die Luft und dann wird hier ordentlich geballert, Alter. Ich bin hier in Zings und ich habe die neue A9 von Sony dabei, die mega schnell ist, weil das brauche ich heute bei dem Shooting mit Fahnen und ordentlich Rauch. Ich hoffe, dass ich ein einziges Bild dabei ist es bei Rauch immer so eine Glückssache, weil du weißt ja nie. Aber ich hatte ja die geile Kamera mit, die einfach mal scheiß viele Bilder, die Sekunde macht und vielleicht hat die mir ja geholfen.